Guten Morgen! Heute machen wir eine andere Tour. Der Plan ist, um zu Maha Baleshwar zu fahren. Das ist etwa 120 km von Pone. Das liegt in der Stadt Satara. Das ist interessant, dass es um 1.400 m hoch geht. Der Plateau ist etwa 150 km². Mal sehen, wie die Fahrt geht. Wie sieht die Umgebung aus. Wir fahren über 2.3 der Distanz. Nachdem wir die Auskürze von Pone kommen. Dann gehen wir auf die Straße. Dann gehen wir auf die Straße. Ich gebe euch ein paar Impressions. Dann schauen wir, was in Maha Baleshwar zu sehen ist. Das Ziel ist, nichts anderes, als nur die Fahrt zu lieben. Dann gehen wir nach dem Meridian Hotel. Dann gehen wir nach dem Meridian Hotel. Also, sieh! Wir sind wieder im Traffekt von Pone, um die Highway zu erreichen. Das ist immer die gleiche Herausforderung, bis man praktisch aus der Stadt ist. Also, es geht um die Temperatur. Wir haben jetzt 35 Grad. Aber im März und März werden sie heißen. Jetzt gehen wir nach Hause, oder fahren wir in der Höhe. Ich würde lieber fahren in der Höhe. Und ich hoffe, dass die Soundqualität der Video etwas besser wird. Ich habe eine bessere Windscreen auf den Mikrofon. Wir sehen uns, wie es aussieht, besonders wenn ich auf der Höhe. Jetzt bin ich sehr glücklich. Ich sehe die Höhe auf der right Seite. Und dann sind wir über 200-300 Meter auf der Höhe. Mein Gott, ich schweige so viel. Es ist einfach zu heiß, um durch die Stadt zu fahren. Ich sehe die Höhe auf der Höhe. So, hier ist es immer ein bisschen ein Mix, weil einige Leute fahren auf der Höhe. Und die beste Sache ist, dass die Busse auf der Höhe stoppen, um die Leute zu holen. Also, ein sehr interessanter Ort. Ja! Jetzt ist die Temperatur auf der Höhe. за翼. Von der Höhe. Es ist einfach ein bisschen Aber in der Höhe. Ein Holz kommen, Der Höhe. Und dann? Das schweig. Aber in der Höhe. Bestes der Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So guys, after the sauna trip of one and a half, two hours, I reached Hilma finally. Roasted Papad and fried and this is Khagar, the Gujarati Papad. Okay, I hope you, is it okay if I film you? No, no, no. It's for my friends so that they know a little bit, yeah? Okay. It's a appam. It's a live appam. So it's basically a South Indian dish. So it's a kind of a bread. Okay. You have dosa also? Masala dosa? No, dosa we will serve in the morning. Okay, good. It's a similar kind of dosa. It's a similar like a dosa, but the preparation is very different, right? Okay. It's the same kind of butter, but it's a little rough in the dosa. Okay, fine. Thank you very much. So then a nice salad bar you have over here? Salads over here. Yeah. Yeah. Oh, and some nice cheese you have also. Good. Yeah. What? This is the Mahar restaurant corner. This is the Mahar restaurant counter. Yeah. We have local fish like Surmai, that is kingfish. Yeah. It's a preparation called Kalwan. It's a curry. Yeah. Okay. Oh, this I will try. So this is typical, like a real typical Mahar restaurant. So Surmai, that is kingfish. And then? Ladyfinger. Ladyfinger. Okay. But that I ate in North India also. Okay. But is the sauce a little bit different then? Yeah. Taste? So what is different? Do they use specifically a different spice in Maharashtra? Or what is different in Maharashtra compared to Punjab or Karnataka? In Punjab they used to have a gravy to cook the vegetables or any kind of like. Okay. They are making a gravy. Basic gravy there. Tomato gravy. Magni gravy. White gravy is there. They used to cook in a gravy. And here in Maharashtra we do it like. First sauteed onion, tomatoes, then we put dry masala and then we cook it. Okay. So that's the major difference. That is the major difference. Okay. Thank you so much. Okay. So I am not allowed to have that then? Definitely you can have it. Everybody has a kid inside. Okay. I can confirm all that. Okay. Here. With best regards to Nicky. Shalom. So. Next course. Abham. From South India. Cheers. So. Now I am back on the bike. My god. With a full stomach. A little bit tired. Honestly speaking. I could just lie down and sleep for some time. Relax on the pool or something. But okay. I want to be back before it's getting dark. So. Looks like here is one of the sightseeing highlights here in Mahabalishwa Ram. Okay. Lots of tourists. Some horses over there. And here's the lake. Okay. I have to put some petrol. Only 70 kilometers left. And one last digit shows the fuel meter. Hi guys. Duke Rider. I have no idea what's the meaning of this procession. Maybe somebody knows and can write it in the comments. Okay. So I stopped. Let's have a look into the valley over here. Oh wow. Yeah. That looks pretty attractive. Do a little bit dry. So weird. Now the question is should I stop or should I just drive? I think I just drive. Only I am a bit concerned with the camera because with the microphone plugged in that part is not waterproof actually. Oh god. So. But the fantastic thing. The temperature is now 25 degrees and I am sure I will dry up in no time. Yep. So here. Here we go. So. 51 kilometers until I know what. 77 kilometers until we reach Pune. That's not too bad. Now we have 3.30. So maybe I should be there in an hour or one and a half. So let's go ahead. We will continue. Good job. I will continue. Dr.